Ich trinke, wenn immer möglich, Leitungswasser, weil alles andere macht in der Schweiz für mich keinen Sinn. Darum bin ich schon seit vielen Jahren stolzer Gönner von Wasser für Wasser. Mit dem Besuch in einem WFV-Restaurant unterstütze ich so nicht nur die Gastronomie und die Projekte von WFV in Sambia und Mozambik, sondern schon auch die Umwelt. Dann hast du gewusst, dass Leitungswasser bis zu tausendmal umweltfreundlich ist als Flaschenwasser. Ausserdem hat unser Schweizer Leitungswasser so eine gute Qualität, dass ich mir als Sportler keine Sorgen um meine Gesundheit machen muss.